Vergangenen Donnerstag informierte mich eine Nachbarin, eine ehemalige Lehrerin, das vor wenigen Stunden Russland die Ukraine bombardierte. Nach kurzer Internetrecherche lese ich Söder und Zwarnen, dass es jetzt auch um unsere Sicherheit ginge. Die besagte ehemalige Jugenderzieherin meinte allen Ernstes, dass Baerbock und Scholz beeindruckend wichtige Worte verkündet hätten. Seltsamerweise durfte ich noch vor wenigen Tagen über die peinliche Buchstabenverdreherin Baerbock in Israel schmunzeln, als sie laut Medienberichten angeblich neuen Schwung in die Nahostfriedensprozesse bringen wollte. Wenn dies ZDF uns wirklich als Klartext unter Freunden wichtig reden will und diese pensionierte Lehrerin alles medial Vorgesetzte wirklich ernst nimmt, verliert die Bemerkung von Diogenes vor 2400 Jahren, dass Tote heilen und Kreise ermahnen dasselbe ist, an Zynik. Man wünschte sich Philipp Barthold Prechts, der damals vor dem Zweiten Weltkrieg einen, wie es mir scheint, wirklichen Klarblick präsentierte. Er meinte, Rudolf Steiner warnte im 14. Vortrag aus GA 175 vor den Hauptsätzen Kants in seiner vielgelobten Kritik der reinen Vernunft, von denen Rudolf Steiner meinte, dass genau das Gegenteil davon die Wahrheit wäre. Man muss kein Rudolf Steiner sein, um den Wahrheitsgehalt von Politik und Medien ähnlich in Frage zu stellen. Im Vortrag vom 4. Dezember 1916 aus GA 173 appellierte er an die Zuhörer, Die Zeiten sind ernst, deshalb können auch nur ernste Welt- und Lebensanschauungen diesen Zeiten dienen. Und da handelt es sich darum, ein wenig zu empfinden, was ich schon oftmals als eine notwendige Empfindung charakterisiert habe. Vor allen Dingen nicht rasch zu urteilen, sondern die Dinge nebeneinander zu stellen und sie zu betrachten, damit sie uns etwas sagen. Sie werden uns im Laufe der Zeit allerlei sagen. Sich mit möglichst vielem bekannt zu machen, ist die beste Vorbereitung, um wirklich in die schwierigen und verwickelten Verhältnisse des gegenwärtigen Lebens einzudringen. Am 28. März 1916 meinte er in GA 167, Da haben die Menschen in der Regel überhaupt keinen Begriff davon, dass Dinge, die nebeneinander auftreten, eigentlich zusammengedacht sind und gewissermaßen zusammen veranstaltet sind. In solchen weit umfassenden und in Ton angebende Kreise hinaufreichenden okkulten Verbrüderungen wie diejenigen im britischen Reiche, von denen ich spreche und die gewissermaßen ihre Anhängsel haben in ganz Westeuropa und auch in Italien, weiß man, was der eine zu tun hat, was der andere zu tun hat und wie man wirkt im Leben. Daniele Ganser beleuchtete eine Woche vor Kriegsbeginn in einem Gespräch mit einem ukrainischen Muttersprachler die imperialistischen Wünsche der USA, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, was unbestreitbar ein triftiger Grund sein könnte, wieso die westliche Politik uns gegen Russland medial aufhetzen möchte. Wir sollten der Weltpolitik der vergangenen zwei Jahre dankbar sein, denn selten hat sie sich im Fahrwasser massiver Geschichtsverfälschungen der letzten 70 Jahre so deutlich als Schauspieltheater präsentiert. Auch der spontane Rücktritt des ehemaligen AfD-Chefs Jörg Meuthen und sein medial beleuchteter schwarzer Peter-Spießrutenlauf durch Markus Lanz, Sandra Maischberger usw. wirkt wie von Hintermännern in Szene gesetzt. Am 9. Dezember 1916 meinte Rudolf Steiner in GA 173, Okkultistische Menschen im Hintergrund stehend sind oftmals bloße Einser und bedeuten für sich nichts Besonderes. Sie brauchen noch etwas, was hinzukommt. Sie brauchen Nullen. Nullen sind ja nicht Einser, aber dann wird gleich eine Zehn daraus. Fügt man noch weitere Nullen dazu, so wird, wenn die Eins irgendwo steckt, gar bald mancherlei daraus, zum Beispiel 1000, obwohl jede Null nur eine Null ist. Und wenn die Eins zugedeckt ist, so sind eben nur die Nullen sichtbar. Es handelt sich also darum, die Nullen in der entsprechenden Weise mit den Einsern zu kombinieren, wobei die Nullen nicht einmal viel zu wissen brauchen von der Art, wie sie mit den Einsern kombiniert sind. Werden wir nicht, besonders seit der Jahrtausendwende, immer deutlicher an die Präsenz von Nullen gewöhnt und könnten bereits wissen, dass vor den Politiker-Nullen stets verdeckte Einser stehen? Dass die Einser keineswegs vor einem Ministerpräsidenten wie Söder oder damals Seehofer fehlen, hat die Letztere uns vor mehr als zehn Jahren bei Pelziger bereits gebeichtet. Dieser mutige Satz damals, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden, bewies nichts anderes, als was Steiner während des Ersten Weltkriegs schon offenbarte. Man braucht nach hegelischem Prinzip weiße und schwarze Schachfiguren und mindestens einen, der die Figuren schiebt. Am 15. Januar 1917 meinte er in GA-174 Will man nämlich eine kommerziell-industrielle Weltherrschaft begründen, so muss man das Hauptgebiet, auf das es ankommt, zunächst in zwei Teile teilen. Daher muss ebenso, wie auf der einen Seite das britische Kommerzium begründet wird, der russische als der dazugehörige gegensätzliche Pol geschaffen werden. Damit sich die entsprechende Differenzierung ergibt, braucht man diese zwei Gebiete. In einem anderen Vorwort von mir zitierte ich bereits Woodrow Wilson, als er ebenso von Schachspielern berichtete, die das vorausgeplante, weltumfassende Strategiespiel der Öffentlichkeit vorspielen. Bereits sein Vorgänger Theodore Roosevelt meinte zu Zeiten Steiners ebenfalls, hinter der sichtbaren Regierung sitzt auf dem Thron eine unsichtbare Regierung, die dem Volk keine Treue schuldet und keine Verantwortung anerkennt. In GA 186 meint Rudolf Steiner am 1. Dezember 1918, Um was es sich handelt, ist doch, dass in den ihr Wissen geheim gehaltenen Zirkeln des Westens sehr darauf gesehen wird, dass gewisse Dinge sich so herausbilden, dass dieser Westen unter allen Umständen über den Osten die Herrschaft erwirbt. Mögen die Leute heute in ihrem Bewusstsein sagen, was sie wollen, dasjenige, was angestrebt wird, ist, eine Herrenkaste des Westens zu begründen und eine wirtschaftliche Sklavenkaste des Ostens, die beim Rhein beginnt und weiter nach Osten bis nach Asien hineingeht. Nicht eine Sklavenkaste im alten griechischen Sinne, aber eine ökonomische Sklavenkaste, eine Sklavenkaste, welche sozialistisch organisiert werden soll, welche alle Unmöglichkeiten einer sozialen Struktur aufnehmen soll, die aber dann nicht angewendet werden soll auf die englisch sprechende Bevölkerung. Darum handelt es sich, die englisch sprechende Bevölkerung zu einer Herrenbevölkerung der Erde zu machen. Nun, richtig gedacht ist dieses von jener Seite in aller umfänglichstem Sinne. Und ich komme dazu, jetzt etwas auseinanderzusetzen, was ich Sie bitte, wirklich so aufzunehmen, dass Sie sich bewusst sind, wenn solche Dinge heute ausgesprochen werden, so werden Sie eben unter dem Druck und Drang der Zeitereignisse ausgesprochen und dürfen wahrhaftig nicht in unernstem Sinne genommen werden. Was ich da ausspreche, wird von den Zentren im Westen, die ich öfter angedeutet habe, sorgfältigst geheim gehalten. Und es gilt im Westen als selbstverständlich, dass man die Menschen des Ostens nichts wissen lässt von diesen Dingen, die man selbst, wie ich Ihnen vorhin sagte, durch Methoden, über die ich vielleicht auch noch sprechen werde, als Wissen besitzt, und zwar so als Wissen besitzt, dass man, weil die anderen die Dinge nicht wissen sollen, und das ist die einzige Art, auf die es sein kann, mit ihrer Hilfe die Weltherrschaft begründen will. In GA 174b, meint Rudolf Steiner am 21. März 1921, Nun, ich habe durch wirklich langjährige Erfahrungen, durch ein sorgfältiges Beobachten dessen, was im weltgeschichtlichen Werden sich vollzieht, herausbekommen, wie vor allen Dingen bei dem angelsächsischen Volk und insbesondere bei gewissen Menschengruppen innerhalb dieses angelsächsischen Volkes, eine in einem gewissen Sinne durchaus weltgeschichtlich großzügig gehaltene politische Anschauung besteht. Bei gewissen Hintermännern, wenn ich sie so nennen darf, der angelsächsischen Politik, besteht eine politische Anschauung, die ich in zwei Hauptsätzen zusammenfassen möchte. Erstens besteht die Ansicht, und es ist eine größere Anzahl von Persönlichkeiten, welche hinter den eigentlichen äußeren Politikern, die zuweilen Strommänner sind, stehen, durchdrungen von dieser Ansicht, dass der angelsächsischen Rasse durch gewisse Weltentwicklungskräfte die Mission zufallen müsse, für die Gegenwart und Zukunft vieler Jahrhunderte eine Weltherrschaft, eine wirkliche Weltherrschaft auszuüben. Es ist dieses festgewurzelt in diesen Persönlichkeiten, wenn es auch, ich möchte sagen, auf materialistische Art und in materialistischen Vorstellungen von dem Weltenwirken festgewurzelt ist. Es ist aber so festgewurzelt in denjenigen, die die wahren Führer der angelsächsischen Rasse sind, dass man es vergleichen kann mit den inneren Impulsen, welche einstmals das altjüdische Volk von seiner Weltmission hatte. Das altjüdische Volk stellte sich allerdings die Sache mehr moralisch, mehr theologisch vor. Aber die Intensität des Vorstellens ist keine andere bei den eigentlichen Führenden der angelsächsischen Rasse wie bei dem jüdischen Volk. Wir haben es also in erster Linie mit diesem Grundsatz, den Sie verfolgen können, auch äußerlich zu tun und mit der besonderen Art der Lebensauffassung, wie Sie beim angelsächsischen Volk bei seinen repräsentativen Männern gerade vorhanden ist. Es herrscht die Ansicht, dass dann, wenn so etwas vorliege, alles getan werden müsse, was im Sinne eines solchen Weltimpulses liege, dass man vor nichts zurückschrecken dürfe, was im Sinne eines solchen Weltimpulses liegt. Dieser Impuls wird in einer, man muss schon sagen, intellektualistisch außerordentlich großartigen Weise hineingetragen in die Gemüter derer, die dann in den mehr unteren Stellungen, wozu aber immer noch diejenigen der Staatssekretäre gehören, das politische Leben führen. Ich glaube, wer die eben angeführte Tatsache nicht kennt, der kann unmöglich den Gang der Weltenentwicklung in der neueren Zeit verstehen. Das Zweite ist dies. Man weiß, dass die soziale Frage ein weltgeschichtlicher Impuls ist, der unbedingt sich ausleben muss. Es gibt keinen der führenden unter den angelsächsischen Persönlichkeiten, die in Betracht kommen, der nicht mit einem, ich möchte sagen, außerordentlich kalten, nüchternen Blick sich sagte, die soziale Frage muss sich ausleben. Aber er sagt sich dazu, sie darf sich nicht so ausleben, dass die westliche, die angelsächsische Mission dadurch Schaden erleiden könnte. Er sagt da fast wörtlich, und diese Worte sind oft gesprochen worden, die westliche Welt ist nicht dazu angetan, dass man sie ruinieren lasse durch sozialistische Experimente. Dazu ist die östliche Welt angetan. Und er ist dann von der Absicht beseelt, diese östliche, namentlich die russische Welt, zum Felde sozialistischer Experimente zu machen. Am 14.12.1916 meint er, damit Sie sehen, was ich meine, möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, wie auf den Bogen der gegenwärtigen Zivilisation nicht nur die phrasenhafte Lüge, sondern die tatsächliche Lüge wald und wogt und ins Leben eingreift. Man kann jetzt auf mancherlei Geschehnisse zurückblicken, die ganz Europa durchleben. Man muss Jahrzehnte zurückgehen und in diesen Jahrzehnten genau die Ereignisse in ihren wesentlichen Charakterzügen kennen, wenn man überhaupt ein Urteil haben will über dasjenige, was gegenwärtig die Welt durchlebt. Aber man muss ein Auge haben für Wirklichkeiten. Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, dass in gewissen okkulten Brüderschaften des Westens für mich nachweisbar in den 90er Jahren von dem gegenwärtigen Weltkriege die Rede war und dass dazu mal die Schüler dieser okkulten Brüderschaften unterrichtet wurden durch Landkarten, auf denen verzeichnet war, wie Europa durch diesen Weltkrieg verändert werden sollte. Insbesondere wurde in englischen okkulten Brüderschaften hingewiesen auf einen Krieg, der kommen muss, den man förmlich heranlotste, den man vorbereitete. 1890 erschien in der englischen satirischen Wochenschrift Truth eine Landkarte Europas, die nahezu identisch ist mit der Karte Europas nach dem Ersten Weltkrieg. Österreich ist als Monarchie verschwunden und hat einer Völkerbundsrepublik Platz gemacht. Böhmen ist in der Gestalt der Tschechoslowakei ein selbstständiger Staat, Deutschland in seine späteren engen Grenzen gezwängt und in republikanische Kleinstaaten aufgelöst. Über dem Raum Russland steht das Wort Dessert, Staaten für sozialistische Experimente. Diese okkulten Brüderschaften mit allem, was sich an sie angliederte, rechneten auf große Umwälzungen, welche im Zusammenhang mit dem großen Europäischen Krieg, auf den sie hindeuteten, vorzugehen haben. Ich sage jeden Satz mit vollem Bedacht zwischen der Donau und dem Ägäischen Meere und dem Schwarzen Meere und der Adria. Und einer der Sätze, die da figuriert haben und den ich in gewissem Sinne wörtlich zitieren will, lautet so. Wenn nur ein wenig weiter sein werden die Träume der Panslavisten, dann wird sich zunächst auf dem Balkan mancherlei verwirklichen, was im Sinne der europäischen Entwicklung ist. Man meinte im Sinne dieser okkulten Brüderschaften. Das ist ein großes Netz, auf das ich ihre Seele hinweisen will. Von den panslavistischen Träumen wurde in diesen okkulten Brüderschaften immer und immer wieder gesprochen. Nicht von Kulturträumen, die selbstverständlich voll begründet wären, sondern von politischen Träumen, von politischen Umwälzungen sprach man. In GA 174 spricht Rudolf Steiner am 8. Januar 1917 über die Methoden der Logen-Netzwerke. Fassen wir einmal zusammen mit den Gesichtspunkten, die ich Ihnen entwickelt habe, ins Auge, dass sich die moderne Freimaurerei in England selbstverständlich auf früherem Aufbauend im Beginne des 18. Jahrhunderts konsolidiert. Im Inneren des Britischen Reiches, nicht des Imperiums, aber des Vereinigten Königreichs, bleibt die Freimaurerei im Wesentlichen. Ich möchte, um mich genau auszudrücken, sagen, so, dass schon sehr respektable Interessen verfolgt werden. Aber überall anders, an vielen Orten außerhalb des eigentlichen Britischen Reiches, werden von der Freimaurerei ausschließlich oder hauptsächlich politische Interessen verfolgt. Solche politischen Interessen im aller ausgesprochensten Sinne werden ja verfolgt von dem Gras-Auriat de Fras, aber auch von anderen Gras-Aurias. Nun könnte man sagen, was geht denn das die Engländer an, wenn in anderen Ländern politische Tendenzen verfolgt werden von gewissen Freimaurer-Orden, die okkulten Hintergrund haben? Aber halten Sie damit die Tatsache zusammen, dass die erste Hochgrad-Loge in Paris von England aus begründet worden ist, nicht von Frankreich aus. Nicht Franzosen, sondern Briten haben Sie begründet. Sie haben die Franzosen in Ihre Loge nur eingefädelt. Halten Sie auch den Umstand damit zusammen, dass sich anschließend an Ihre Hochgrad-Loge, die 1725 von England aus in Paris begründet wurde, dann 1729 eine der erstbegründeten entsprechenden Loge in Paris, selbst vom Gras-Auriat, sanktioniert wurde. Dann erfolgten wiederum von England aus Gründungen in Gibraltar 1729, Madrid 1728, Lissabon 1736, Florenz 1735, Moskau 1731, Stockholm 1726, Genf 1735, Lausanne 1739, Hamburg 1737. Ich könnte das Verzeihnis lange fortsetzen. Ich könnte Ihnen zeigen, wie mit einem Netz zwar anderen Charakters als im britischen Reich selber, diese Logen gegründet worden sind, als die äußeren Instrumente für gewisse okkultistisch-politische Impulse. Und jetzt haben Sie den Ursprung von vielem, da sich Ihnen ja schon charakterisiert habe. Aber Sie müssen einen gewissen Wert darauf legen, dass heute der englische Freimaurer sagen kann, seht unsere Loge an, die sind sehr anständig und die anderen gehen uns nichts an. Wenn man aber den historischen Zusammenhang und die im Wechselspiel gegeneinander gerichteten treibenden Kräfte durchschaut, dann ist es durchaus hohe britische Politik, die sich dahinter verbergt. In Gea 167 meint Rudolf Steiner am 4. April 1916, Es ist die im Grunde genommen dasjenige, was da als okkulte Brüderschaften gemeint ist, eine recht komplizierte Sache. Aber diese komplizierte Sache baut sich überall auf einem Unterbau auf, der Menschen heranzieht in einer gewissen Richtung dadurch, dass er sie in einer Art von Kultus vereinigt, dass er ihnen gewisse Symbole überliefert, dass er sie gewissermaßen in einem Dienst vereinigt, der in gewissen Symbolen zum Ausdruck kommt. Wir wissen ja, dass wir heute im 5. nachatlantischen Zeitraum leben. Seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts leben wir im 5. nachatlantischen Zeitraum. Ihm ging der 4. nachatlantische Zeitraum voran, der etwa um das Jahr 747 v. Chr. Geburt beginnt und der im Beginn des 15. Jahrhunderts eigentlich erst endet. In diesem Zeitraum natürlich nach und nach recht stark abnehmend gegen das 15. nachchristliche Jahrhundert zu. Vom 8. vorchristlichen Jahrhundert also bis zum 14. nachchristlichen, da waren die Menschen so geartet, dass ihr Ätherleib viel, viel empfänglicher war als in der Zeit seit dem 14. Jahrhundert. Er konnte vielmehr das wahrnehmen, was um ihn herum ist. Und wenn der Ätherleib wahrnimmt, dann nimmt er die elementarische Welt wahr. In dieser Zeit, in dem 4. nachatlantischen Zeitraum, sind nun jene Symbole entstanden, welche die Grundlagen bilden für die betreffenden okkulten Brüderschaften. Die Grundlagen bilden gewisse Symbole deshalb, weil sie etwas waren für den 4. nachatlantischen Zeitraum, dass man lebendig empfunden hat, dass man lebendig an sich selber hat wissen können. Ich will Ihnen in der goetheischen Übertragung den Gedanken der Symbolik etwas klarer machen. Wie will Goethe, dass zunächst die Ehrfurcht vor dem Geistigen, das oben ist, in den Menschen sich einwächst? Er will, dass die Menschen eine gewisse Gebärde lernen, gekreuzte Arme über der Brust, den Blick nach oben gewendet. Und in dieser Stellung sollen sie sich aneignen, Ehrfurcht vor dem, was als Geistiges auf den Menschen Einfluss haben könne. In einem gewissen, noch sehr jugendlichen Lebensalter soll man, so meint Goethe, diese Gebärde verbinden mit dem Aneignen des Gefühls der Ehrfurcht vor dem, was oben ist. Warum hat das eine gewisse Bedeutung? Das hat eine gewisse Bedeutung, weil, wenn der Mensch wirklich Ehrfurcht vor dem Geistigen empfindet, er gar nicht anders kann, als dieses Gefühl der Ehrfurcht vor dem Geistigen bekunden. Und wenn er selbst seine Hände hinten auf dem Rücken zusammenlegte, als physische Hände, es würden die Ätherhände sich vorne kreuzen und sein Blick, wenn er ihn auch noch so sehr nach abwärts wendete, als physischen Blick, sein Blick würde sich mit den Ätheraugen nach oben wenden. Es geht gar nicht anders, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Ätherleib diese Gebärde annimmt. Im vierten nachatlantischen Zeitraum wussten dies die Leute, weil sie die Bewegungen des Ätherleibes an sich verspürten. Und wenn man ihnen sagte, sie sollten das machen, dann sagte man ihnen nichts anderes, als sie sollen rege machen in sich ein wenig die physische Gebärde, damit sie fühlen, wahrnehmen können, die Äthergebärde. Dieses unmittelbare Wissen davon, dass diese Gebärden, wenn sie richtig sind, nicht etwas Willkürliches sind, sondern dass sie zusammenhängen mit der geistigen Organisation des Menschen, ist seit dem 14. Jahrhundert den Menschen weitgehend verloren gegangen. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass man vorher den Menschen, denen man derartige und auch kompliziertere Gebärden beibrachte, nur das beibrachte, was sie leicht zu innerem Leben erwecken konnten. Nachher, also in unserer fünften nachatlantischen Zeit, handelt es sich darum, dass man solche einfachen Gebärden, wie sie Goethe will, gerade jugendlichen Personen sehr gut beibringen könnte, wenn man den entsprechenden Unterricht gibt. Und das will auch Goethe. Aber die kompliziertere Gebärdensprache in Zeichen, Griff und Wort, wie sie verbreitet ist innerhalb der geheimen Verbrüderungen, die konnte man seit dem 14. 15. Jahrhundert nicht mehr den Menschen so beibringen, dass sie noch etwas von der Realität spürten. Also, es entwickeln sich fort die Verbrüderungen, wie sie in der vierten nachatlantischen Zeit bestanden haben, in denen man in drei aufeinanderfolgenden Graden unter anderem symbolischen Dingen den Leuten Zeichen, Griff und Wort beibrachte. Die setzen sich fort. Aber sie setzen sich fort unter anders gearteten Seelen in den letzten Jahrhunderten. Man brachte auch da, bleiben wir bei diesem Elementarsten stehen, Zeichen, Griff und Wort bei. Aber die Leute konnten nichts mehr verbinden mit Zeichen, Griff und Wort, weil sie nicht mehr sich vergegenwärtigen konnten, das entsprechende im Ätherleib, das der Seele des Menschen angemessen ist. Es war etwas Äußerliches, denn in dem vierten nachatlantischen Zeitraum war im Wesentlichen im Menschen entwickelt die Gemüts- oder Verstandesseele. Jetzt begann die Bewusstseinseele den Menschen zu ergreifen. Das heißt, der Mensch begann auf seinen an das physisch gehirngebundenen Verstand angewiesen zu sein. Dasjenige, was man nennen kann, Sensitivität des Ätherleibes trat zurück. Was aber tritt jetzt auf? Ich bitte Sie, ganz genau sich anzuhören, was jetzt auftreten muss. Denken Sie sich also, es wird fortgesetzt die okkulte Verbrüderung in diesen fünften nachatlantischen Zeitraum herein. Man begründet weiter oder setzt fort okkulte Verbrüderungen, in die man Menschen aufnimmt, die man bekannt macht mit den entsprechenden Symbolen. Diese Menschen lernen also gewisse Zeichen dadurch, dass sie ihren Leib in eine gewisse Stellung bringen, was ein Zeichen bedeutet. Sie lernen gewisse Griffe dadurch, dass sie die Hand des Anderen in einer gewissen Weise ergreifen, die nicht die gewöhnliche ist. Sie lernen gewisse Worte aussprechen, welche eine ganz bestimmte Regsamkeit des Ätherleibes bedeuten und anderes. Ich will nur dieses Elementare erwähnen. Also Menschen lernen Zeichen, Griff und Wort seit dem 15. 16. Jahrhundert. Sie sind jetzt so geartet, dass ihre Bewusstseinsseele wirkt. In die wirkt aber Zeichen, Griff und Wort nicht herein. Für die bleibt es ein äußerliches Zeichen, etwas ganz Äußerliches. Aber glauben Sie nun nicht, dass die Dinge, die Zeichen, Griff und Wort sind, wenn sie dem Menschen überliefert werden, nicht wirken auf den Ätherleib des Menschen. Sie wirken. Der Mensch nimmt auf mit Zeichen, Griff und Wort das Indige, was einmal mit Zeichen, Griff und Wort verbunden ist. Man unterrichtet also eine Anzahl von Menschen in Zeichen, Griff und Wort, bringt ihrem Unterbewussten dadurch etwas bei, was sie nicht im Bewusstsein haben. Das dürfte man selbstverständlich überhaupt nicht machen, was ich jetzt beschrieben habe, sondern man müsste auf dem Weg vorgehen, der geboten ist, durch die Entwicklung des Menschen. Und der besteht darin, dass man durch den Verstand des Menschen geht, sodass man also das jenige, was der Verstand begreifen kann, was der Verstand erlernen kann, zuerst an den Menschen heranbringt und das ist der Inhalt der Geisteswissenschaft. Dieser Inhalt der Geisteswissenschaft muss zuerst begriffen werden, an den muss man zuerst sich heranmachen. Man muss also zuerst irgendwie drinnen stehen in der geisteswissenschaftlichen Bewegung und erst nach einiger Zeit kann man dazu geführt werden, Zeichen, Griff und Wort zu empfangen. Denn man ist dann vorbereitet, etwas Bekanntes darin zu sehen, was man wenigstens verstanden hat. Das wird in den okkulten Verbrüderungen in der Regel nicht gemacht. In den okkulten Verbrüderungen werden die Leute einfach, ohne vorher irgendwie Geisteswissenschaft oder Okkultismus gelernt zu haben, aufgenommen in den ersten Grad. Es wird ihnen Zeichen, Griff und Wort und noch manches andere an Symbolen überliefert und man wirkt, weil sie vorher nicht etwas gelernt haben von der geistigen Welt auf ihr Unterbewusstes, auf dasjenige, was nicht mit ihrem Bewusstsein zusammenhängt. Was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass man, wenn man will, die Leute zu gefügigen Werkzeugen für allerlei Pläne machen kann, ganz selbstverständlich. Denn wenn sie den Ätherleib bearbeiten, ohne dass der Mensch es weiß, so schalten sie dieselben Kräfte, die er sonst in seinem Verstande hätte, aus, wenn sie nicht dann dem Verstande etwas geben, was heute Geisteswissenschaft sein muss. Die schalten sie aus und sie machen dann solche Brüderschaften zu einem Werkzeug für diejenigen, die ihre Pläne, ihre Ziele verfolgen wollen. Sie können dann solche Brüderschaften gleichzeitig irgendwie dazu verwenden, irgendwelche politischen Ziele zu verfolgen oder sie können das Dogma aufstellen, Krishnamurti sei der äußere physische Träger des Christus Jesus. Und diejenigen, die also präpariert sind, werden sich zu Instrumenten machen, um das in die Welt hinaus zu tragen. Man braucht dann nur in der entsprechenden Weise unehrlich und unrechtschaffend zu sein. Dann kann man alles mögliche auf diesem Wege erreichen dadurch, dass man sich zunächst Instrumente schafft. Erklären heißt nicht, dass man sagt, dieses Symbol bedeutet das und dieses Symbol bedeutet das, denn da kann man jedem jedes Zeug vormachen, sondern der Unterricht müsste so geartet sein, dass man zunächst aus dem Gang der Erden- und Menschheitsgeschichte die Geheimnisse enthüllt und dann daraus die Symbolik entstehen lässt. So ist das dort nicht, sondern da werden die Symbole einfach geboten, ja, sie werden nicht nur einfach geboten auf diese Weise, sondern es werden sogar die Symbole noch auf andere Weise geboten, indem man in der Literatur auch nicht so vorgeht, wie unsere Geisteswissenschaft zum Beispiel vorgeht, sondern indem man in der Literatur so vorgeht, dass man eigentlich alles symbolisch geht. In Gea 173 meint Rudolf Steiner am 11. Dezember 1916 Es ist doch wie ein Spiel mit dem Feuer, wenn Menschen, die nicht wissen, wie man umgeht mit geistigen Impulsen, solchen Impulsen eine gewisse Richtung geben, insbesondere wenn Dinge entstehen, wie sie zum Beispiel dadurch entstanden sind, dass sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschiedene, mehr oder wenige okkulte Brüderschaften, die von der Peripherie Europas stark beeinflusst waren, in Mitteleuropa gebildet haben und die bis zu dem gerade mit okkulten Mitteln gearbeitet haben, wie zum Beispiel die Omlidina, die durch die Impulse, die in ihr lebten, vieles durchgesetzt hat. Nun ist die Omlidina eine Verbindung gewesen, die in ihrer Anhängerschaft mit einem bestimmten Kultus arbeitete, wie es sonst in den okkulten Brüderschaften in den Graden gebraucht wird. Die Omlidina bildete in Mitteleuropa sehr geheime Brüderschaften, die namentlich über die verschiedensten slawischen Gegenden, auch über die Balkanländer verbreitet waren und die wirklich dadurch mit okkulten Mitteln arbeiten, als sie ein Zeremonial hatten. Sie haben viel gewirkt, bis einmal durch das jenige, was man so einen Zufall nennt, aber eben nur so nennt, nämlich durch einen in Böhmen stattgefundenen Prozess, die Sache herausgekommen ist. Diese Gesellschaften, die alle untereinander Verbindungen unterhielten, haben vieles unterirdisch durchwühlt und haben wiederum, ich möchte sagen, unter Masken ihre Fortsetzung gefunden. Eine solche Maske war die viel genannte Narodna Otprana in Serbien, die so vielfach im Beginne der jetzigen schmerzlichen Ereignisse genannt worden ist. Durch diese Strömung, die also schon durch etwas hindurch geflossen ist, das mit okkulten Mitteln arbeitete und in deren Bereich sowohl Menschen waren, die von der Sache wussten, wie auch solche, die nichts davon wussten, ist vieles impulsiert worden, was sich im europäischen Südosten in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat. Und wenn in den westlichen, namentlich englischen Brüderschaften in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts von dem großen kommenden Weltkriege gesprochen wurde, und wie ich ihnen mitgeteilt habe, ist immer davon gesprochen worden, so wurde stets auf die Wichtigkeit dessen hingewiesen, was sich in den Balkanländern abspielen sollte. Wenn sie verstehen, dass die Omladina nicht bloß in Serbien war, sondern Verbindungen in allen Staaten Mitteleuropas hatte, so werden sie begreifen, dass man selbstverständlich, wenn es einmal nötig war, die Omladina in Serbien schweigen lassen und stattdessen allerlei von außen her organisieren konnte. Dadurch hielt man sich die Möglichkeit offen, im Fall, dass die Sache irgendwie ruchbar wurde, zu sagen, der fremde Staat hat das organisiert. Diese Möglichkeit musste man sich immer offen halten. Serben, nicht Ausländer, haben eine merkwürdige Statistik aufgestellt, welche allerdings Statistik ist, man kann ruhig vieles abziehen, aber selbst wenn nur die Hälfte davon wahr ist, so ist es noch bezeichnend genug. Es wird behauptet, dass diese radikale Partei der Omladinisten von 1883 bis 1887 sich sehr stark ausbreiten konnte, weil sie in dieser Zeit 364 politische Morde beging, um diejenigen, die nicht da zu sein hatten auf dem physischen Plan, wenn diese Partei sich weiter ausbreiten sollte, nicht als Störenfriede zu haben. Rudolf Steiner meint am 4. Dezember 1920 Sie können wirklich, wenn sie bekannt werden, mit den alleresoterischen Lehren der Geheimgesellschaften der angloamerikanischen Bevölkerung inhaltlich kaum etwas anderes finden als Hegel'sche Philosophie. Weiter unten meint er, ebenso notwendig wäre eine Erkenntnis dieser logischen Gesetzmäßigkeit, wenn man der gegenwärtigen globalen Gestaltung des sozialen Lebens durch die amerikanische Weltpolitik wirkungsvoll begegnen wollte. Es hätte in einer bedeutsamsten Weise pariert werden können, was an weltgeschichtlichen Ereignissen aus der Macht westlicher Geheimgesellschaften hervorgegangen ist, wenn man in Mitteleuropa nur die eigenen Leute studiert hätte. Im GA 174 meint er am 15. Januar 1917 will will man nämlich eine kommerzielle industrielle Weltherrschaft begründen, so muss man das Hauptgebiet, auf das es ankommt, zunächst in zwei Teile teilen. Das hängt zusammen mit der Natur des kommerziell Industriellen. Ich kann mich nur durch einen Vergleich ausdrücken. Es fordert das in was auf der Welt des physischen Planes geschieht, immer eine Zweispaltung. Stellen sie sich einmal einen Lehrer ohne Schüler vor. Das gibt es nicht. Es kann auch nicht ein Kommerzium da sein, ohne ein Gebiet, das einem Kommerzium gegenüber steht. Daher muss ebenso, wie auf der einen Seite das britische Kommerzium begründet wird, der russische als der dazugehörige gegensätzliche Pol geschaffen werden. Damit sich die entsprechende Differenzierung ergibt, braucht man diese zwei Gebiete. Man kann nicht die ganze Welt zu einem einheitlichen Reiche machen. Da würde man nicht ein kommerzielles Weltreich begründen können. Es ist das nicht genau dasselbe, aber es ist ähnlich damit, dass man etwas erzeugt, man Abnehmer braucht, sonst kann man nicht erzeugen. So muss es die Zwiespätigkeit geben. Und dass man dieses als einen großen Zug hereingebracht hat in die Sache, das ist ein großer, ein gigantischer Gedanke von jenen okkulten Brüderschaften, von denen ich gesprochen habe. Es ist ein weltgigantischer Gedanke, den Gegensatz zu schaffen, gegenüber dem alles andere als eine Kleinigkeit erscheint. Diesen Gegensatz zwischen dem britischen Kommerzimperium und demjenigen, was sich aus dem russischen heraus ergibt, mit der durch die spirituellen Anlagen bewirkten Vorbereitung für den sechsten nachatlantischen Zeitraum mit alledem, was ich ihnen geschildert habe. Das ist ein großer, gigantischer, bewunderungswürdiger Gedanke von diesen okkulten Brüderschaften, von denen gesprochen worden ist. Denn trivial ausgedrückt, man kann sich kaum einen schöneren Gegenpol denken für Daseinige, was sich im Westen als höchste Blüte des kommerziellen und industriellen Denkens ausbildete, als den künftigen russischen Slawen, der in der Zukunft ganz gewiss noch weniger als heute geneigt sein wird, sich mit kommerziellen berufsmäßig zu betätigen und der gerade dadurch ein ganz ausgezeichneter Gegenpol sein wird. In GA 167 meint Rudolf Steiner am 28. März 1916 Da haben die Menschen in der Regel überhaupt keinen Begriff davon, dass Dinge, die nebeneinander auftreten, eigentlich zusammengedacht sind und gewissermaßen zusammen veranstaltet sind. In solchen weit umfassenden und in Ton angebende Kreise hinaufreichenden okkulten Verbrüderungen wie diejenigen im britischen Reiche, von denen ich spreche und die gewissermaßen ihre Anhängsel haben in ganz Westeuropa und auch in Italien weiß man, was der eine zu tun hat, was der andere zu tun hat und wie man wirkt im Leben. Da weiß man ganz gut, was es bedeutet, ich will Ihnen einen konkreten Fall erwähnen, wenn man auf der einen Seite versucht, dass Staatsmänner Englands nach und nach befreundet werden mit gewissen Staatsmännern eines kleineren Donaustaates, der ein Teil Österreichs ist. Man weiß ganz gut, was das bedeutet, wenn man die Sache so arrangiert, dass da gewissermaßen ein freundschaftliches Verhältnis sich herausbildet und ein gewisser Glaube an die Sicherheit gewisser Einrichtungen im britischen Reich gerade in einem Donaustaat sich bildet und dass sich so sehr die Ansicht festsetzt, dass das gute Einrichtungen sind. Aber das macht man nicht bloß für sich, sondern daneben macht man das andere, dass man zum Beispiel ein wirksames Buch erscheinen lässt, in dem man ganz besonders schimpft über das Volk, das in diesem Staate lebt, so dass man das, was man auf der einen Seite hinstellt, auf der anderen Seite aus den Angeln hebt. So etwas hat eine Bedeutung, wenn es methodisch gemacht wird, dass man auf der einen Seite Freundschaft züchtet, die eine gewisse volkstümliche Bedeutung gewinnen kann, auf der anderen Seite die Schattenseiten des betreffenden Volkes besonders hervorhebt. Es ist das, Sie können sagen, ein teuflisches Beginnen, aber arimanische Kräfte walten ja in diesem ganzen Vorgehen. So wird es eben gemacht, mit allen diesen Dingen, die scheinbar nebeneinander einhergehen. Ein Mitglied einer solchen Verbrüderung schreibt ein Buch, das wirksam ist, das eine fürchterliche Bewegung hervorruft, und ein anderer bemüht sich, einen Kreis zu gewinnen, in dem er Freundschaft züchtet. So wird zwischen den Zeilen des Lebens gewirkt. Man weiß dann gar nicht, wenn man so ahnungslos das äußere Leben betrachtet, wie die Menschen wirken, die im Zusammenhange mit gerade so gearteten Verbrüderungen sind, die darauf ausgehen, ein gewisses Volkstum, wie in diesem Fall das Britentum, zum Herrschenden, zum Ton Angebenden zu machen. Angebenden Angebenden